We trust the German! Und ja, Abus Magomedov gegen Sean Strickland ist in den Startlöchern, Freunde. Der Hype is real. Alle Leute wollen Abus Magomedov gewinnen sehen. Alle Leute wollen ganz klar und deutlich, dass er den Sieg mit nach Hause fährt. Damit wir hier als Nation auf die Karte kommen. Damit wir einen Contender haben aus Deutschland, den wir anfeuern können. Wenn der vermutlich in naher Zukunft dann um den Titel kämpfen könnte, sollte er hier siegreich aus dem Kampf gehen. Und dementsprechend hatten die beiden natürlich auch kein Problem mit der Waage. Also ich bin mir zu 1000% sicher, Abus hatte einen harten Weightcut, weil er sieht schon sehr, sehr dehydriert aus. Sean Strickland sah ein bisschen gefasster aus. Also Abus sah auch gefasst aus, aber es sah einfach hart aus. Aber die Weightcuts sind alle hart. Ich denke aber trotzdem, dass das einfach part of the game ist. Beide haben es geschafft und beide haben jetzt genug Zeit gehabt, um sich zu rehabilitieren. Um wieder fit zu werden und abzuliefern, was sie können. Es wird einfach nur extrem spannend werden, Freunde. Viele haben mir geschrieben, wann, wo können wir den Fight sehen. Ich sag's euch, ab 1 Uhr bei The Zone könnt ihr euch den Kampf anschauen. Beziehungsweise geht halt das Event los, die Maincard. Dann können wir uns das Ganze gönnen und dementsprechend auch Abus Magomedov supporten. Weil wenn wir sehen, wir haben bei The Zone krasse Zuschauer, Einschaltquoten, dann wird vielleicht auch das ganze UFC-Projekt nur bei The Zone irgendwie auch krasser gefördert, wenn wir wissen, ey, da wird ein Deutscher supported. Da schauen wir rein, da werden wir alles Entspannte sehen und und und. Und ja, beim Face-to-Face sagt der ein Sean Strickland halt erstmal direkt in Abus Gesicht. Don't trust the German, hat er, glaube ich, zu Sean Shelby gesagt. Ähm, ja, also hat wieder gegen uns Deutsche geschossen und sagt, also vertraut keinen Deutschen. Und als er weggegangen ist, hat er das gleiche nochmal wiederholt. Abus blieb eiskalt mit seinem Killer-Instinkt und hat ihm hier wirklich durch die Seele geschaut. Und äh, hat hier ganz klar und deutlich gemacht, du kannst deine Faxen nicht bei mir abziehen. Ich gehe nicht drauf ein, ich gehe nicht drauf ein auf diese lächerlichen Spielchen. Und äh, da wirst du sehen, was du davon hast im Oktagon. Ich hoffe es, Abus muss, glaube ich, Strickland in den ersten zwei Runden finishen, weil sonst wird die Kondition und die Fünf-Runden-Erfahrung von Sean Strickland einfach viel zu gefährlich. Ja, das wäre so meine Prognose. Schreib mal auch mal in die Kommentare, lass ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.